und willkommen zurück zu resident evil 7 so in letzter folge haben uns das video angeschaut total krank da haben wir seinen geburtstag nachgefeiert sozusagen und wir haben als auch die zwei schlüsselkarten und können somit glaube ich jetzt runter links neben dem wohnwagen die tür öffnen schauen wir doch mal runter okay raus hier okay das telefon klingelt schon wieder hey kumpel denk dran die beiden zugangskarten sind das ticket zur party komm nicht zu spät lass mich mit mir sprechen du hast doch nicht vergessen wo die party ist oder du kannst vom hof aus reinkommen also komm schon man alle warten nur auf dich noch ein verdammten schuss ich hab keine muh mehr keine munition okay wir haben immer noch leider nur acht münzen okay ich würde sagen wir machen das inventar mal ein bisschen leerer packen die mal weg weil da haben wir eh keine munition mehr das foto packen wir auch weg die hand packen wir nicht weg ich weiß nicht ob wir die noch brauchen das packen wir weg das packen wir weg die zwei karten sind sowieso gleich weg können wir mal schnell was probieren mit dem spaltmittel können wir da die pistole zerlegen können wir nicht ok also wieder rein wieder rein den schlüssel weiß ich nicht ob wir den noch brauchen aber wir nehmen uns auf jeden fall unsere flinte mit genau da haben wir wieder fünf schuss oder sechs schuss wieder granatwerfer ist leer und wir nehmen psychotikum mal mit wir nehmen das psychotikum gleich einmal das packen wir wieder rein das packen wir auch mal rein schießpulver können wir auch nicht benutzen aber haben wir da nicht verbesserte munition noch drin irgendwie ne aber nicht leider ok und speichern ab gibt es hier noch was gibt es hier noch was oh das kann man das noch nicht nehmen ok speichern wir mal ab so da haben wir hinter den wohnwagen glaube ich noch was gesehen und das schauen wir uns jetzt auch erst noch mal an flüssige chemikalie und wir haben leider kein liegt überall zeug noch um sehr geil haben wir noch richtig was gefunden okay 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 jetzt nicht hier disco oder was okay 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 kino 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 Nein Ethan, es ist nicht besonders, dass, dass genau hier ist besonders. Was macht Jen da? Boah. Ethan, nicht jeder will gerne die Zeit zurückgehen. Was? Was, Evelyn? Ich will es ihm doch nur zeigen. Ich will ihm nur zeigen, dass nicht jeder zurück dahin will, wie es früher war. Du bist ein dummes... Miststück, sie versteht nicht, dass ich nicht zurück will zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat. Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Also, Ethan, Ethan, du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus griechen und nach den Materialien suchen, aber du wirst daumt nochmal nichts hitten, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Du kommst schon, Ethan. Was sagst du? Oh mein Gott. Oh, what the fuck. Scheiße! Ja, wirklich scheiße. Okay. Hier ist ein Kraut. Kombinieren wir gleich mal. Okay, wir haben zwei Heilmittel auf jeden Fall wieder. Und sind grün. Das war kurz vor gelb, aber... Oh, what the fuck. Das ist eine Sprengfalle? Okay, ich werde auf jeden Fall mal unten durchgehen. Okay, das ist auch eine Sprengfalle. Das heißt, ich gehe ganz auf der Seite durch. Wäre vielleicht schlecht, wenn mir irgendein Gegner hier folgt, dass der da reinrennt. Okay, meine Tür zu. Okay, gehen wir auch unten durch. Okay, das ist auch wieder eine. Oh mein Gott, da sind da zwei, oder? Und pass mal auf, ich werde die wegschießen. Du hast kein wirklich gutes Auge. Boah, ist das knapp. Gibt's aber nicht. Emotionen oder irgendwas. Wäre mal geil. Okay, hier ist eine Kiste, aber da... Habe ich Angst, dass da irgendwas drin ist. Ist egal, probieren wir es einfach. Okay, Pistolenmunition. Die sieht so komisch aus. Ich glaube, ich lasse die lieber. Da komme ich noch niemals rein. Boah. Scheiße. Ah, okay, da kann ich mir eine Munition wechseln. Okay, gehen wir hier durch. Ah, okay. Und das Tape legen wir weg. Wie soll unsere Energie aus? Gelb. Scheiße. Speichern kann ich hier nicht, oder? Kann ich hier speichern? Ist kein Speicherpunkt? Ist kein Speicherpunkt. Ich weiß. Scheiße. Boah. Schreibt man hier so. Probier doch mal. 08 14. Nein, 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 nein. 06 2 1. Nein, 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 nein. Es ist 05 14. Oh, komm, komm. Versuch's mal. Man weiß nie. 08 14 einfach. Du wurscht das. Oh, komm, 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 komm. Aha, okay. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe nicht, dass irgendeine scheiß Falle wieder ist. Ich würde echt gern speichern, Leute. Fiescher, Fiescher. Ach, super, Ingo. Nee, das haben wir noch nicht. Pistolenmunition nehme ich noch nicht. Ist doch beschissen, wenn ich einfach... Nee, ich mache es nicht zu. Oder ich schieße die einfach mal auf. Nix drin. Scheiße. Na, komm, ich lasse die mal, oder? Ich schieße die lieber auf. Okay, Flintenmunition. Ich schieße die irgendwie nicht. Ich gehe jetzt gleich mal. Oh, Scheiße. Vierbeinige Molde. Diese Variante hat zwar nur geringe Gesundheit, aber läuft auf allen Vieren und ist schnell und wendig. Wenn die Kreatur innehält, sollten sie nicht lange zögern und schnell abdrücken. Okay. Okay, diese Tür ist jetzt offen. So, dann weiß ich ja, dass ich nur die aufmachen dürfe. Und ich werde es jetzt auf jeden Fall... Ach, den nehme ich jetzt nicht, weil wenn der weiter weg ist... Ich weiß nicht, wo der herkommt dann. Okay, ich drehe mich jetzt gleich mal. Dann müsste er dann hier kommen. Alles klar. Boah, leck. Die Schweinebanditen habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich habe aber jetzt leider keine verbesserte Pistol-Munition mehr. Meine Frisse. So eine Schweine, ey. So eine Schweine, ey. Hier ist noch einer. Okay. Okay. Da drüben. Wo geht die hin? Darüber. Okay. Muss ich eigentlich hier vorbeikommen? Okay. Münze. Das heißt, ich kriege die Magne mit. Bitte, lass keine Falle sein. Ach, scheiße. Jetzt kommen wir jetzt mal die Steroide rein. Maximal Gesundheit wurde erhöht. Oh, ich gehe mal hier rüber hier. Genau, nehme den Ding. Okay, wenn ich jetzt hier aufstehe... Okay, da wird nichts mehr sein, denke ich mir. Warte mal, jetzt gehe ich mal wieder hier rüber. Dann stehe mal auf. Nein, scheint nichts mehr zu sein. Okay. Gehe mal hier wieder ganz in Ruhe durch. Ohne zu sterben, bitte. Und dann würde ich aber sagen, schauen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, schaltet auf jeden Fall wieder ein oder gebt mir auch ein Abo oder auch ein Like, wie ihr wollt, wie ihr Lust habt. Und ansonsten, ciao, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal,